Das Thema lautet, wenn ich eine Funktion habe, y gleich a mal c hoch x, wie ändert sich der Graph, wenn das a positiv, negativ, plus, minus, groß, klein oder sowas ist? Wenn ihr y gleich mx plus t habt, dann wisst ihr genau, das ist die Steigung und ihr wisst, das ist der y-Abschnitt und ihr kennt euch aus. Oder bei y gleich a mal x minus xs Quadrat plus ys, ihr wisst, das sind die Scheitelkoordinaten, ihr wisst, das Ding hier macht die Form. Und jetzt ist die Frage, was haben diese Buchstaben für einen Einfluss? Und ihr solltet es mit Geo-Begebra machen, das heißt, ihr geht hier hin und auf die Eingabe y ist gleich und dann hier auf abc Buchstaben a und dann wieder auf Mathe. Mathe, nee, Mathe, 1, 2, 3 mal, jetzt kommt c, Buchstaben, c, Mathe, 1, 2, 3 hoch x, jetzt habe ich eine Funktion mit Buchstaben. Und Geo-Gebra ist schlau genug zu erkennen, dass a, Return, so, jetzt will ich es haben, genau. Geo-Gebra erkennt, dass a und c jetzt Variablen, Parameter sind, die ich beliebig anpassen kann. Jetzt ist c gleich 1 und c ist jetzt 1,3. Und da kann ich spielen, a ist 1 und jetzt ist a gleich irgendwas. Und euer Job ist hier zu spielen. Zum Beispiel, zum Beispiel, was ist, wenn c sehr klein ist? 1,01 oder c gleich 0,99 oder c ist groß, c ist 7 oder c ist negativ, c ist minus 2. Ihr sollt die, genau, ihr sollt dann Regeln aufschreiben und zwar auf Seite 65 wird das auch nochmal zusammengefasst, aber eigentlich sollt ihr das selber rausfinden. Und dann macht ihr Seite 65 die Aufgabe 2. Die dürft ihr mit Geo-Gebra machen und ich will so selber einen Hefteintrag. Hefteintrag mit Rechenregeln. Mit am besten so einem Mindmark. Regeln. Wenn ihr das habt, interessiert mich noch was anderes, nämlich, was ist mit y gleich, hier machen wir mal so 2 mal 3 hoch und jetzt x minus m und hier hinten plus n. Welche Bedeutung, das ist ja nicht im Buch, was macht m, was macht n, soll das sein? Was tun die mit der Funktion? Gut, Job für heute. Gut, Job für heute.